UNTERTITELUNG Ich bin im Luzernischen aufgewachsen, habe 27 Jahre zu Maltes gelebt und gesagt, ich zögele ihn im Fall nicht. Und habe dann eine Sprache gemacht und gesagt, wann überhaupt denn nur, wenn wir eine Kurder Nationen gründen. Also in den Kurder Nationen, da singen die Leute miteinander aus den verschiedensten Nationen, über 25 sind wir im Moment, sind auch schon 30. Und wir singen Lieder aus den verschiedenen Herkunftsländern von diesen Leuten, die möglichst gemäss ihrer Kultur arrangiert und auch eingeübt sind vom Dirigent her. Und das ist einfach eine ganz grosse Bereicherung, zu erfahren, wie unterschiedlich wir sind und zu lernen, aufeinander wirklich zu hören. Versuchen, einander zu verstehen, gerade auch im verschiedensten Sinne. Herr Präsident , Herr Präsident, wenn ich singe, geht mir einfach das Herz. frostbarts Als T Val purple bekämmert olfs oreng h huis Vielen Dank.